Johannes Mario Simmel war ein österreichischer Schriftsteller. Leben Simmels Eltern stammten aus Hamburg. Sein jüdischer Vater Walter Simmel war Chemiker, seine Mutter Lisa, Geb Schneider, Lektorin bei der Filmgesellschaft Wien Film. Sein Vater floh vor den Nationalsozialisten nach London, während fast alle Verwandten väterlicherseits von den Nazis ermordet wurden. Simmel wuchs in Österreich und England auf und machte an der höheren Bundeslehre- und Versuchsanstalt für chemische Industrie in Wien die Matura als Chemieingenieur. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er in der elektrochemischen Forschungsabteilung des Elektrokonzerns Kapsch in Wien eingesetzt. Am 5. April 1945 erlebte er mit, wie Wissenschaftler ermordet wurden, die ein Elektronenmikroskop vor der befohlenen Zerstörung retten wollten. Nach dem Krieg arbeitete er zunächst als Journalist, Übersetzer und Dolmetscher für die US-Militärregierung, die für den amerikanischen Sektor in der Viermächte Stadt Wien und für die amerikanische Besatzungszone Salzburg und Oberösterreich südlich der Donau zuständig war. 1947 veröffentlichte er unter dem Titel Begegnung im Nebel seine erste Novellensammlung. Bei der Ende Oktober 1948 eingestellten Wiener Tageszeitung Welt am Abend verfasste er in deren letztem Erscheinungsjahr als Kulturredakteur, Filmkritiken und Fötus. 1950 übersiedelte er nach München und war dort für die Illustrierte Quick tätig. In ihrem Auftrag unternahm er Reporterreisen durch Europa und nach Übersee. Simmel schrieb unter verschiedenen Pseudonymen Tatsachenberichte und Serienromane. Von 1950 bis 1962 verfasste er allein oder gemeinsam mit anderen Autoren insgesamt 22 Drehbücher. Unter anderem für Filme wie es geschehen noch Wunder mit Hildegard Knei, Tagebuch einer Verliebten mit Maria Schell. Hotel Adlon oder Robinson soll nicht sterben mit Romy Schneider und Horst Buchholz. Nach seinem ersten großen Erfolg mit der Quick-Serie Es muss nicht immer Kaviar sein, widmete er sich vor allem dem Verfassen von Unterhaltungsromanen, die sich jeweils mit aktuellen gesellschaftspolitisch relevanten Themen auseinandersetzten wie etwa Gewalt gegen Ausländer, Drogenhandel oder Genmanipulation. Dabei waren journalistische Recherchen an den Schauplätzen und im Milieu, in dem seine Romane spielten, die Grundlage. Leitmotive in vielen seiner Werke waren die Relativierung von Gut und Böse und leidenschaftlicher Pazifismus. Seit Jahrzehnten gehört er zu den meistgelesenen Autoren im deutschsprachigen Raum. Er veröffentlichte 35 Romane, die eine Gesamtauflage von etwa 73 Millionen verkaufter Exemplare erreichten. Werke von ihm wurden in 30 Sprachen übersetzt. Zahlreiche Werke wurden von Regisseuren wie Alfred Wohrer und Roland Klick verfilmt. Simmel wurde von den Literaturkritikern lange Zeit als Trivialautor, Bestsellermechaniker oder Fließbandschreiber geschmäht. Erst mit dem Roman Doch mit den Clowns kamen die Tränen, fand er allgemeine Anerkennung. Dreimal verheiratet lebte er zuletzt in der schweizerischen Stadt Zug, er starb am 1. Jänner 2009 in Luzern. Einen Roman hatte er nach seinen Angaben noch in Arbeit, Auszeichnungen und Ehrungen. 1959 erster Preis beim Dramatiker-Wettbewerb Mannheim. 1981 Kulturpreis der Deutschen Freimaurer. 1984 goldenes Ehrenzeichen der Stadt Wien. 1992 österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst, die Klasse. 1993 Hermann Kästenmedaille. 2004 großes silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. 2005 Bundesverdienstkreuz, erste Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 2011 Benennung der Simmelgasse in Wien-Floridsdorf. Werke, Romane mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Czolln Eifin 1949. Das geheime Brot. Czolln Eifin 1950 als Rororo Taschenbuch. Rowold Taschenbuch Verlag, Rheinbeck bei Hamburg. 1966 ESPN 3, 499-10852-6. Der Mörder trinkt keine Milch. Ein Kriminalroman. Demokratische Druck- und Verlagsgesellschaft, Linz 1950. Man lebt nur zweimal. Demokratische Druck- und Verlagsgesellschaft, Linz 1950. Ich gestehe alles. Czolln Eifin 1953. Der Hochstapler. Immer, wenn er Kuchen ass. Südverlag München, Konstanz 1954. Gott schützt die Liebenden. Czolln Eifin 1957. Affäre Nina B. Czolln Eifin 1958. Es muss nicht immer Kaviar sein. Schweizer Druck- und Verlagshaus. Zürich 1960. Bis zur bitteren Neige. Knauer, München 1962. Liebe ist nur ein Wort. Knauer, München 1963. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Knauer, München 1965. Alle Menschen werden Brüder. Knauer, München 1967. Und Jimmy ging zum Regenbogen. Knauer, München 1970. Der Stoff aus dem die Träume sind. Knauer, München 1971. Die Antwort kennt nur der Wind. Knauer, München 1973. Niemand ist eine Insel. Knauer, München 1975. Hurra wir leben noch. Knauer, München 1978. Wir heißen euch hoffen. Knauer, München 1980. Bitte, lasst die Blumen leben. Knauer, München 1983. Die im Dunkeln sieht man nicht. Knauer, München 1985. Doch mit den Clowns kamen die Tränen. Knauer, München 1987. Im Frühling singt zum letzten Mal die Lerche. Knauer, München 1990. Auch wenn ich lache, muss ich weinen. Knauer, München 1993 träumt den unmöglichen Traum. Knauer, München 1996. Der Mann, der die Mandelbäumchen malte. Die Erde bleibt noch lange jung und andere Geschichten aus 35 Jahren. Knauer, München 1981. Dramen der Schulfreund. Ein Schauspiel in zwölf Bildern. Rowold Verlag, Rheinbeck bei Hamburg 1959. Uraufführung Nationaltheater Mannheim, 26. Februar 1959. Mein Schulfreund. Filmur, Uraufführung, 22. Juli 1960. Reden und Aufsätze. Die Bienen sind verrückt geworden. Beck, München. 2000. Kinder- und Jugendbücher von Drachen, Königskindern und guten Geistern. Für die Jugend zusammengestellt von Johannes Himmel. Leun, Wien 1950. Weinen ist streng verboten. Eine Geschichte für kleine und große Mädchen. Leun, Wien 1950 Neuausgabe als Weinen streng verboten. Römer, Knauer, München 1977. Ein Autobus groß wie die Welt. Ein Reiseerlebnis voll Spannung für Buben und Mädel. Jungbrunnen, Wien 1951. Meine Mutter darf es nie erfahren. Ein aufregendes Abenteuer rund um ein schlechtes Zeugnis. Jungbrunnen, Wien 1952. Wenn das nur gut geht, Paul. Ein aufregendes Abenteuer. Weiß, München, Berlin 1953. Trivia. Johannes Mario Simmel starb am 99. Geburtstag seiner Romanfigur Thomas Linn, als dessen Geburtstag der 1. Jänner 1910 genannt wurde. Filmografie Drehbücher 1951 Frühling auf dem Eis 1951 Verträumte Tage 1951 Das Herz einer Frau 1951 Es geschehen noch Wunder 1952 Verlorene Melodie 1953 Tagebuch einer Verliebten 1954 Der Raub der Sabinerinnen 1954 Dieses Lied bleibt bei dir 1954 Die Hexe 1954 Weg in die Vergangenheit 1955 Hotel Adlon 1955 Dunya 1956 Liebe, die den Kopf verliert 1956 Kitty und die große Welt 1957 Robinson soll nicht sterben 1957 Unter 18 1958 Madelaine und der Legionär 1958 Stephanie 1958 Nackt wie Gott sie schuf 1959 Marily 1960 Gerichtet bei Nacht Filme nach Werken von Johannes Mario Simmel 1960 Mein Schulfreund 1960 Mit Himbeergeist geht alles besser 1961 Fernina B. 1961 Es muss nicht immer Kaviar sein 1961 Diesmal muss es Kaviar sein 1963 Der Schulfreund 1971 Und Jimmy ging zum Regenbogen 1971 Liebe ist nur ein Wort 1972 Der Stoff aus dem die Träume sind 1973 Alle Menschen werden Brüder 1973 Gott schützt die Liebenden 1974 Die Antwort kennt nur der Wind 1975 Bis zur bitteren Neige 1976 Begegnung im Nebel 1976 Lieb Vaterland Magst ruhig sein 1977 Es muss nicht immer Kaviar sein 1983 Die wilden Fünfziger 1983 Mich wundert, dass ich so fröhlich bin 1986 Bitte lasst die Blumen leben 1990 Mit den Clowns kamen die Tränen 2008 Und Jimmy ging zum Regenbogen 2008 Gott schützt die Liebenden 2010 Liebe ist nur ein Wort 2011 Niemand ist eine Insel Film 1973 Johannes Mario Simmel Eine Produktion des Südwestfunkes Fernsehen Baden-Baden Buch und Regie Klaus-Peter Denker Junts Teil boys Musik Aus Wie Musik Klaus-Bay Klaus-Bay Läu Wie Klaus-Bay Berlin